Hallo und herzlich Willkommen zum Bewegungskind Adventskalender. In diesem Adventskalender teile ich mit dir 24 wundervolle Meditationsreisen, die dir dabei helfen können, für dich eine Meditationsroutine in deinem Alltag zu integrieren. Und nun wünsche ich dir ganz viel Spaß bei unserem 21. Türchen. Für die heutige Meditation lade ich dich ein, eine bequeme Haltung einzunehmen. Setze dich hierfür aufrecht in einen bequemen Sitz oder lege dich einfach ganz gemütlich hin. Spüre in deinen Körper hinein, ob du hier an irgendeiner Stelle einen störenden Punkt empfindest und bereinige diesen ganz liebevoll. Wenn du dann soweit bist, lade ich dich ein, deine Augen zu schließen und deine gesamte Aufmerksamkeit und dein Bewusstsein in deine Innenwelt zu schicken. Atme ganz tief und entspannt ein und aus und stelle dir vor, wie du beim Einatmen noch die letzten kleinen Unaufmerksamkeiten bereinigst und wie du deine gesamte Aufmerksamkeit mit deinem Einatmen in dich hinein ziehst. Lasse nun all dein Bewusstsein in dein Herz fließen und gleite hinein in deinen Herzensraum. Komme einmal hier an und spüre die Geborgenheit und die Liebe, die dich hier umgibt. Stelle dir nun vor, wie eine Tür hier in deinem Herzensraum entsteht und sehe, dass unter der Tür bereits kleine Schneeflocken hervorflogen. Gehe zu der Tür hin und öffne sie und trete hindurch und sehe, dass du in einem wundervollen Winterwald angekommen bist. Spüre die Frische der Luft, die Klarheit des Himmels. Sehe die Sterne, die hoch oben am Himmel auf dich abfunkeln. Rieche den Schnee und stelle fest, dass dein Körper, ganz egal was du gerade hier trägst, wohlig warm ist, dass du dich hier wohlfühlst. Und traue dich nun ein paar Schritte in dem Schnee zu machen. Gehe den verschneiten Weg entlang, vorbei an eingeschneiten Tannen. Höre das Knirschen unter deinen Schritten und gehe immer weiter und weiter. Stelle dir vor, wie du in der Ferne Kinder lachen hören kannst. Und sehe, dass der Weg auf eine riesige Lichtung mündet. Und dass du hier auf dieser Lichtung einen riesengroßen Berg sehen kannst. Sehe, wie hier Kinder immer wieder den Berg hochrennen und mit den Schlitten heruntersausen. Beobachte für einen kurzen Moment genau diese Situation und spüre hier hinein, was du hierbei fühlst. Stelle dir nun vor, wie dein eigener Körper wieder jünger wird und wie du beginnst, wieder selbst zum Kind zu werden. Spüre diese ungeduldige Vorfreude in dir. Und in ein paar Augenblicken renne los, renne los und tue genau das, worauf du jetzt Lust hast. Und egal was jetzt kommt, tu es einfach. Renne los und genieße diesen kurzen Moment der Freiheit und Freude, dieses kindliche Erleben. Erlaube dir, genau das hier zu spüren. Und genau so, wie du es für dich hier erlebst, ist es richtig. Und erinnere dich daran, dass du als Kind nicht darüber nachgedacht hast, ob du spielen darfst und wie du spielen darfst, sondern was du gespielt hast. Erlebe diesen Moment. Genieße noch einen Augenblick diesen kindlichen Spiel dran. Genieße die Umgebung. Spüre jedoch, dass es nun Zeit ist, einmählich wieder zurückzukehren. Stelle dir hierfür vor, dass dein Körper einmählich wieder erwachsen wird. Und behalte dir jedoch dieses Kindliche bei und nutze noch einen kurzen Moment genau diese Zeit, als erwachsene Person die gleichen Dinge zu spüren und durchzuführen wie als Kind. Nutze die Zeit und tue genau das, worauf du jetzt Lust hast. Und spüre, dass sich nichts geändert hat, als dass sich dein Körper verändert hat. In dir lebt dieses Kind. In dir steckt es und möchte spielen. Verabschiede dich nun von den anderen Kindern, verabschiede dich aus dieser Situation und kehre allmählich auf den Weg zurück. Höre wieder bei jedem Schritt das Knirschen des Schnees unter deinen Füßen. Und öffne die Tür und gehe hinein. Ich lade dich ein, für einen kurzen Moment die gerade erlebte Erfahrung hier in dir wirken zu lassen. Werde dir nun wieder bewusst, dass du dich wieder in dir selbst integrieren darfst und behalte dir die Erinnerung stets im Bewusstsein. Nehme diese Erfahrung, die du gerade gemacht hast, mit in deinen Alltag und beginne dich über deinen Herzschlag wieder in dich selbst zu integrieren und übertrage die Informationen, die du gerade erhalten hast. Übertrage auch alle Erlebnisse, sämtliche Eindrücke auf dein gesamtes System. Länge nun deine Aufmerksamkeit auf deinen Atem. Atme tief ein und vollständig wieder aus. Noch einmal. Noch ein letztes Mal einatmen. Und mit dem Ausatmen sende dein gesamtes Bewusstsein wieder in diesen Raum. Werde dir bewusst, wie du dich hier befindest, wo du dich befindest. In welcher Perspektive du den Raum hinter deinen geschlossenen Augen wahrnehmen kannst. Und komme hier an. Spüre die Unterlage unter deinem Körper. Spüre die Erdung. Spüre die Kleidung auf deiner Haut. Und wenn du dich dazu bereit fühlst, öffne ganz langsam und intuitiv deine Augen. Spüre die Erdung. Untertitelung des ZDF, 2020